Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ich gehe mit euch heute mal auf Tour und zwar, wir machen heute mal eine Jeep Tour mit dem Land Rover und lasst euch einfach überraschen, was alles kommt. Ja, wie gesagt, wir sind hier mal bei paar Plantagen, die ist auch mit Kaffeeverküstigung und das zeige ich euch jetzt mal. So, das hier kostet 50.000 Eintritt. Das sind also, ja, im Moment 3,10 Euro. Hier ist der Eingang und da schauen wir mal. Gleich hier ums Eck rum, kommt gleich die erste Katze. Ja. So, und diese verschiedenen Sorten gibt es hier. Da kann man auch Alfa köstigen. Und das da, seht ihr ja, das ist einer der teuersten Kaffees der Welt. Ich sage immer, Kürtel Kaffee. So, wie wir die Farbe schauen. So, wie ich auch. So, wie wir die Farbe schauen. So, wie wir die Spans? So, wie wir die Farbe schauen, wenn sie nachgang mit dem Land Rover reden, wo wir die Farbe schauen, können wir auf Tour. So, wie wir dasカッチャig machen. So, wie wir die Farbe schauen. So, wie wir das durch das Kaffee sagen. So, wie wir die Farbe schauen. So, wie wir die Farbe schauen, ich meine Farbe schauen. So, wir suchen jetzt den 2-Gemündels-Sitzplatz hier. Wunderschöne Anlage. So, und wenn ihr den ersten Kaffee genossen habt, geht es dann da runter ins Tal. Das zeige ich euch jetzt mal. Wunderschöne Anlage. Wunderschöne Anlage. So, das war jetzt mal ein schönes Blitzen mit Kaffeeverkostung. Ich und mein neuer Freund hier sagen mal Tschüss für heute. Wir sehen uns mal wieder und zwar geht es nächstes Mal an Vulkan. Bis dann. Passt auf euch auf. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.